Ab heute können Kieler als Erste in Schleswig-Holstein den sogenannten Klimadiesel tanken. Der Treibstoff besteht aus pflanzlichen Rest- und Abfallstoffen und bewirkt 90 Prozent weniger Neuemissionen als klassischer Diesel. Noch können nur Autos betankt werden, die für den Kraftstoff freigegeben sind. Das sind aber gute Anfänge. Wir sehen das schon als einen wichtigen Baustein zur Antriebswende, um klimafreundliche Kraftstoffe zu betreiben. Inwieweit das dann alltagstauglich wird für den normalen Autofahrer, das wird sich zeigen. Mit einem Euro 79 ist der neue Treibstoff aktuell noch etwas teurer als der übliche. Vor allem Unternehmen mit großem Fuhrpark wie die Kieler Müllabfuhr setzen auf die Alternative.